Ja, Tanja, jetzt muss ich schnell einen Stuhl holen. Wir machen jetzt etwas, was wir überhaupt nicht ausgemacht haben. Sorry an alle, die jetzt hier schauen und denken, bitte bleiben Sie schnell bei mir. Vielleicht können Sie ein bisschen nach vorne kommen, dass ich Ihnen da nicht im Bild sitze. Was Sie jetzt gemacht haben und was Sie uns hier erzählt haben, ich muss Ihnen sagen, das war für mich völlig unerwartet. Ich konnte mich da nicht darauf vorbereiten. Es hat mich zutiefst berührt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vermutlich ist es auch nicht so einfach, so offen, auch über die eigene Gemütslage zu sprechen. Was wünschen Sie sich von Ihrer Umwelt im Umgang mit Menschen, die von einer Krankheit betroffen sind, ganz konkret, die auch im Rollstuhl sitzen? Ja, wo soll ich anfangen? Zuerst vielen Dank für das Kompliment. Was wünschte ich mir? Es ist, also man sieht es auch heute, die Bühne ist nicht rollstuhlgängig. Ich musste da raufgelupft werden. Und das sind Situationen, wo man immer wieder als Rollstuhlfahrer merkt, die Welt ist nicht gemacht für einen. Die Welt ist gemacht für die, die laufen. Das Räderpult ist gemacht für die, die mindestens 1,50 Meter groß sind. Aber ich glaube, da entwickelt sich auch vieles und das wird besser. Ich kann mir nicht vorstellen, vor 30 Jahren gelebt zu haben, als kein einziges Tram-Rollstuhl gängig war. Darum also sicher diese ganzen Infrastrukturen und auch was heute schon genannt wurde, das administrative Chaos, ich könnte gut eine Sekretärin anstellen, die meine Arbeit, also das ist unglaublich. Damit meinen Sie IV-Ankläge, alle diese Geschichten. Glauben Sie, dass Sie als persönlich Betroffene einen anderen Zugang haben, zum Beispiel zu Eltern, die jetzt ganz neu mit dieser Diagnose konfrontiert werden, dass Ihr Kind, wie Sie vorhin gesagt haben, eben nicht so viel machen kann oder weniger machen kann oder anderes machen kann als andere Kinder? Ja, ich denke schon. Wobei, ich muss immer auch aufpassen, dass ich nicht zuwesend von mir auf das Gegenüber dann schließe, weil ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass für verschiedene Leute sind verschiedene Sachen unterschiedlich wichtig. Also für mich ist es so, dass solange mein Kopf gut funktioniert, dann bin ich zufrieden. Aber es gibt auch Eltern, denen ist viel wichtiger, dass ein Kind laufen kann und was es dann im Kopf kann, das ist nicht so wichtig. Und da muss man immer aufpassen, dass man seine eigene Bewertung da nicht zu viel einbringt. Und ich kann vielleicht auch eine Geschichte erzählen, als ich in der Kinderreha gearbeitet habe, kennen vielleicht einige. Da war ich bei einem Mädchen, das hatte eine schwere Cerebralparese, die war etwa neunjährig und die war topfit im Kopf, aber wirklich eine schwere Dystonie. Und ich hatte sie untersucht und dann hat sie mich gefragt, ja weshalb ich denn im Rollstuhl bin. Und dann habe ich ihr das erklärt und dann habe ich zum Abschluss so gesagt, ja gell, aber im Kopf ist alles gut und das ist das Wichtigste. Dann schaut sie mich so an, nein, das Herz ist das Wichtigste. Ja, das berührt, das hat sie sicher auch sehr berührt, das berührt auch uns alle, die Ihnen jetzt hier zuhören dürfen. Sie sind jetzt Assistenzärztin bei Frau Professor Rauch. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft beruflich auch vor? Wo geht die Reise hin? Ja, also das weiß Anita Rauch auch. Ich habe eigentlich vor, da zu bleiben in der Genetik. Das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte und das entspricht auch meinen Stärken sehr. Und das ist natürlich auch ein Riesenprivileg, dass ich für mich eine Arbeit gefunden habe, die genau meinen Stärken entspricht und die Sachen, die mir halt nicht so möglich sind, da auch nicht so wichtig sind. Das ist ja auch eigentlich eine Art Detektivarbeit. Oder wir haben es vorhin gehört von Frau Rauch, es sind so viele Gendefekte möglich, wenn man sich das überlegt und so wenige im Prinzip schon entdeckt. Ich kann mich erinnern, bei der letzten Präsentation, Frau Rauch, da hatten Sie so eine Scheibe gezeigt, irgendwie, ich habe das nie vergessen, da war so ein Spickel drin und dann haben Sie gesagt, von dieser ganzen Scheibe, dieser Spickel ist bereits bekannt. Wie ist es für Sie, diese Arbeit? Sind Sie da auch dabei zu forschen, zu suchen, wie eine Detektivin, was könnte da sein, welches Gen könnte da betroffen sein? Ja, natürlich, also das ist die große Faszination. Also für mich ist das das Beste, wieso die Genetik überhaupt der beste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann, ist, es ist eine Kombination aus diesen extrem zwischenmenschlich-sozial-hoch-anspruchsvollen Gesprächen, die Diagnosemitteilung in Kombination mit der Wissenschaft. Und es ist einfach pure Wissenschaft und die Genetik ist so ein Fach, wo halt vieles noch nicht bekannt ist, was jetzt in vielen Fächern weiß man schon recht viel, aber jetzt in der Genetik ist so viel sich am Tun und auch der weltweite Austausch mit Genetikern weltweit, was die herausfinden und ich finde das unendlich faszinierend und das wird auch nur noch spannender werden in den nächsten 30 Jahren, in denen ich das machen darf. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken. Dieses Interview war nicht abgesprochen und ich habe Sie nicht mal gefragt, ob Sie bereit sind, mir die Fragen zu beantworten. Dafür entschuldige ich mich jetzt noch nachträglich, ich habe Sie überfallen, aber das war wirklich, wirklich wunderbar von Ihnen. Herzlichen Dank. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle ganz viel gelernt haben und ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute gesundheitlich und natürlich wunderbare Momente auch in Ihrer Arbeit und viele Forschungserfolge. Bleiben Sie dran und decken Sie diese geheimnisvollen Welten auf für uns. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank.